Im Ort Treffer endete bekanntlich mit einem knappen 1 zu 0 Sieg der Mann um Bobby Charlton. Und jetzt bitte rufen Sie mich an, ob Sie mich hören anstellen. Ich komme nämlich jetzt auch hier nicht durch. Vielen Dank. 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 Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. 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 Und der Ball war bereits über der Linie Einwurf für Real. VELASKAZ. 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 Stiles hat also die Aufgabe den gefährlichsten Stürmer zu halten. es teilt jetzt in der mitte des bildes mit der nummer sechs privat prägt eine elegante brille jetzt hier auf dem fußballfeld kontaktlinsen im europameisterschaftsspiel der ländermannschaften das hier am 24 april stattfand siegte übrigens gefährlich amantio durchgebrochen bei diesem freistoß ja am 24 april siegte hier england überraschend gegen spanien bei den spanien standen sechs spieler von real madrid bei den engländern nur ein paul von styles an cento freistoß sehr aufmerksam der schiedsrichter und styles hat genau gewusst dass er hier etwas gemacht hat was er nicht hätte machen dürfen keinerlei debatten mit dem schiedsrichter so wie der amantio sturm spitze der engländer zurzeit interessanter schiedsrichter hat jetzt auf die uhr geschaut er wollte offenbar überprüfen wie lange stepney den ball halten würde gefährlich für real das ist ein spieler den die österreichische nationalmannschaft brauchen könnte ein motor wie ihn sich jeder verbandskapitän wünscht setzler charlton setzler kitt wieder setzler soko hat abgewährt amantio gegen styles und das kann nur eckball sein war kein paul und nicht immer das es gibt einen abstoß aber gerade in dieser szene wie sich erkennen wie schnell amantio ist wenn er am ball ist styles hat das laufduell mit dem leichtfüßigen madrilenen jedenfalls verloren klären paul von velasquez nach 19 minuten real madrid gegen manchester united im stadio santiago der madrid 0 zu 0 kreirendes wieder auf den beinen entweder poppy charlton oder setzler wird schießen präsent dass ein mann wie charlton solch einen schweren fehler machen kann und eckball von der linken seite ecke nummer eins und abstoß vom tore der spanier spardella der schiedsrichter ist übrigens ein sprachgewandter mann er kann sich mit den spielern beider mannschaften in ihrer sprache unterhalten amantio und eckball nummer drei stepney der torhüter von manchester united war jedenfalls zur rechten zeit aus dem tor herausgekommen socker elegant gemacht von sanchez wieder schaut der schiedsrichter auf die uhr ob stepney vielleicht versuchen sollte das spiel zu verzögern indem man den ball nicht aufnimmt hier hätte der schiedsrichter den vorteil gelten lassen können das ist ermessen sache aber er konnte ja nicht ahnen dass sie chenzo da rappeln würde sanchez paul an kit sattelern zu charlton wieder querend und wieder gibt es drei stoß für die spanier hier perez fest aber elegant gemacht hat diesen angriff von sanchez voraus geahnt er hörte die hufe hinter sich donnern kenton dann hat ein bisschen etwas abbekommen bei dieser aktion im kampf mit perez und es gibt daher auch einen freistoß wieder dann und kopfball von piri spiel sange sange sone g sone Nein, hier ließ er den Vorteil, der keiner war, gelten. Interessant. Zocko, Spielfalte, Ausputzer. Velasquez, Amancio. Nach englischer Manier kein Foul. Styles hat tatsächlich nur den Ball gespielt. Freistoß. Hierin schießt. Sanchez. Best. Glatt an Chento vorbeigekommen. Manchit, sehr schön gemacht, abseits. Aber diese beiden jungen Burschen können tatsächlich spielen. González. Teres. Interessant ist das Piri, der Mann mit der Nummer 4, der ja eigentlich in der zweiten Welle zu agieren hat, einen eigenen Bewacher von Matt Busby, dem Coach, der Manchester Leute bekommen hat, nämlich links außen Aston. Grosso. 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 Und den Zauberer ist ein ganz einfaches Kunststück, mit glück. Kyrill, Velasquez, und Foul von Krärendt, Freistoß wieder aus etwa 24 Metern. 28. Spielminute, noch immer 0 zu 0, Velasquez, überhastet geschossen. Ein Fehler von Socker. Er ist der längste Spieler seines Teams mit 1,85 Meter. Kitt, Paul an Kitt, Dürkson Sonnegy. Krärendt legt sich das Leder auf. 30. Minute. Eston. Croissant zu steil und den Rasen hat man anscheinend etwas zu viel gegossen vor allem die Engländer zeigen sich nicht sehr stammfest Kitt so ein Foul von Soko an Kitt im Bild Kento sehr gute Nerven der Torhüter Petancourt er ließ den Ball passieren obwohl er nicht ganz genau wissen konnte ob nicht doch hinter ihm noch ein Engländer stehen würde noch eine Viertelstunde bis zur Pause Real Madrid gegen Manchester United noch immer 0 zu 0 Soko Soko Aston dann ist es Kitt ein Grosso ein Grosso Gonzales wird ein aber der Ball war bereits über der Linie ein Foul wird angezeigt ein Foul wird angezeigt vom Linienrichter das heißt also Freistoß gegen Manchester United ein Foul ein Foul ein Foul ein Foul der Engländer ausgeglichen. Von einem Hochhaus aus die andere der Schütze war Piri. Das Ganze noch einmal. Die Wiederholung, passen Sie auf. Piri, jawohl, Kopfstoß. Stettner geschlagen für Real Madrid. Stettner geschlagen. Die Engländer werden nun ihr Konzept etwas ändern müssen. Bisher versuchen sie es nur defensiv. Nun müssen sie auch selbst kommen und das ist gegen eine Mannschaft wie Real Madrid sehr gefährlich. Best. Velázquez, González, Ferres, wieder Velázquez, Grosso, unerhört dynamisch und Eckball Nummer drei, Verzeihung, Nummer vier. 34. Minute, Real führt durch einen Kopfballtreffer von Piri mit 1 zu 0. und Eckball von der rechten Seite. Unruhe im Zuschauerraum. Kleine Kolonien von Engländern befinden sich unter den Hunderttausenden. Sie können sich natürlich nicht so durchsetzen, wie sie es von zu Hause gewohnt sind. Die Spanier sind spielerisch im Augenblick klar überlegen. Handspiel. Ein Zuschauer war offenbar der Dramatik des Kampfes nicht ganz gewachsen. Gossau, Melázquez, die Spanier jetzt selbstverständlich sehr selbstbewusst und deutlich überlegen. Sockor, der Befreier Kento, Stiles, Charlton, Charlton hat gebombt, Zockor, velasquez amantio unglaublich was dieser mann kann gonzalez ferris rosso jetzt gab es hier eine kleine rauferei zwischen styles da gab es einem der matrilenen einen kienhacken und zwar amantio beschiedsrichter hat es nicht gesehen ich habe es ganz klar gesehen und amantio liegt zurzeit auf dem boden es war ein richtiger rechter haken den novice styles seinem gegner versetzt hat aber der linienrichter war aufmerksam das würde bedeuten dass styles ausgeschlossen werden muss schiedsrichter behält es sich offenbar vor seine entscheidung erst zu treffen piri hat ihm erklärt das war styles der einen kienhacken gegeben hat was dieser aktion dieser unbeherrschten dieser unsportlichen aktion des englischen internationalen vorausgegangen ist habe ich leider nicht gesehen aber vielleicht hat ihn derer bissel geheckelt und dann schlug also nobby styles zu schiedsrichter scheint nicht bereit zu sein styles auszuschließen er hat nichts gesehen es könnte also nur sein dass ihm sein linienrichter genau erzählt wie es gewesen ist es war ein exakter rechter kurzer haken so im vorbeilaufen von rechts ans kien geknallt bis jetzt eine durchaus verdiente eins zur null führung für real madrid die engländer waren bisher nicht ein einziges mal im stand das tor von betancourt ernsthaft zu gefährden kriegsrat bei den engländern etwa zehn meter von diesem ort entfernt kentor unter linienrichtern sind miteinander im gespräch die engländer halten kriegsrat hoffentlich findet sich dort ein mann der zu styles sagt mein bursche so kannst du also nicht umgehen mit dem gegner das publikum ruft 6 6 sie wollen also sechs treffer jetzt haben und die nummer sechs ausgeschlossen die nummer sechs soll ausgeschlossen werden war also in einem zuge von den zuschauern hier zu hören und was geschieht nun tatsächlich schiedsrichter hat sich teils nicht geholt das heißt auf beiden seiten bleiben elf spieler und ich kann mir vorstellen was sie denn jetzt hat der rest seinen gegner angespuckt auch nicht sehr schön und in den nächsten minuten wird sich einiges tun das ist die entscheidung 2 zu 0 für real madrid ein fehler von brennen kentor auf 2 zu 0 in der 42 spiel minute und nun kommt der entscheidende fehler von brennen kentor stetny kommt heraus und beinahe durch die beine 2 zu 0 und dieser treffer dürfte so hoffe ich auch die atmosphäre etwas beruhigt haben die spanier werden und nicht mehr bereit sein an nobby styles ganz grimmige rache zu üben ersten dann und tor eilgentor 2 zu 1 socker dürfte es gewesen sein dem dieses missgeschick unterlieb wir sehen auch diese szene noch einmal wir wollen versuchen zu erkennen wer den ball reingegeben hat ich glaube es war dann und brennen 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 ja und socker eigentor 2 zu 1 das war in der 45 minuten und wieder ist es noch bis teils er ist ein harter knabe er spielt oft sehr unfair er hat schon viele viele affären auf dem spielfeld gehabt der anschlusstreffer der manchester leute hat natürlich die situation auf dem spielfeld verschärft und ich glaube der schiedsrichter dürfte recht zufrieden sein dass er in wenigen minuten es hat ja eine längere unterbrechen geben gegeben das spiel zumindest unterbrechen kann um die spieler in die kabinen zur pause zu schicken freistoß also aus etwa 25 metern am anzio im gesamtscore steht es also nun 2 zu 2 auf dem spielfeld hier in madrid 2 zu 1 für real sanchez und tor großartig von am anzio großartige fünf minuten vor der pause am anzio hat diesen treff erzielt 3 zu 1 für real und das stadion tobt begreiflicherweise wir sehen das ganze noch einmal sanchez dabei gekommen am best und am anzio 3 zu 1 also am anzio muss wieder gepflegt werden er scheint eine oberschenkelverlässzung zu haben eine leistungserrung der schiedsrichter sagt bitte jetzt nicht es kann ja sofort in den kabinen weiter behandelt werden und im gesamtscore ist nun real mit 3 zu 2 bereits in führung ich zähle also in diesem fall das ergebnis von manchester dazu best er ist der best of the year der beste fußballer des jahres in england hier hat er schon einige male sein großes können aufblitzen lassen aber gegen die massierte und clevere abwehr der spanier konnte er sich noch nicht entscheidend durchsetzen und das ist der pausenpfiff 3 zu 1 also führt real madrid gegen manchester united im zweiten europa cup spielt der meister in madrid 4 5 5 7 6 8 10 11 12 13 13 14 14 14 14 15 in der zweiten hälfte spielt man manchester united von rechts nach links jeres amantio kento peste miraske zed lan kiril belacke rosa die spanier sind deutlich überlegen leichtfüßiger technisch perfekter sie spielen auch freier als die leute aus manchester die leute um bobby charlton wirken überspielt verkrampft aber es ist durchaus möglich dass ein treffer der allerdings in weiter ferne zu sein scheint die mannschaft wieder besser ins spiel bringen könnte fest wieder ein schwerer fehler von socker er hat ja auch den bisher einzigen treffer für manchester erzielt eigentor in der 43 minuten eckball also von rechts ersten wird treten es ist der zweite eckball für das britische team der eckstoß wird wiederholt soko gibt hier seine anweisungen gefährlich faux hat hier zu schießen versucht und ein wurf für menschester united zuletzt zuletzt hat peres den ball berührt kitt soko die riem zur mantio und immer wieder belacke da gibt es auch und zwar war das jetzt glaube ich خinto der einfach in seinen gegen spieler hinein gelaufen ist Nein, es war Krosser. Und einer der Engländer liegt noch immer auf dem Boden und es wird jetzt wahrscheinlich ein heftiges Foul an Amantio geben. Ausgerechnet Nobis Tiles wirft sich nun zum Rächer auf. Er zeigt dem Schiedsrichter, wer seinen Kameraden auf dem Gewissen hat. Piri gerät an Stiles. Es scheint best zu sein, der hier gefällt wurde. Sokko. Sokko. Nein, es ist nicht best, sondern dann. Und das Spiel kann weitergehen. Stand 3 zu 1 für Real Madrid im Kampf gegen Manchester United. Schiedsrichterball in der 51. Minute. Wiederholung des Schiedsrichterballs. Paul an Kitt. durch Sun Sunegi. Durch Sun Sunegi. Westen. Robi Charlton ist wirklich ein guter Sportsmann und auch ein echter Taktiker. Er weiß aus seiner langjährigen Erfahrung, dass es schlecht ist, mit dem Schiedsrichter zu streiten. Gerade in Fällen, wo es um ein oder zwei Meter beim Abstoß eines Freistoßes geht. Kitt für Best und ein Wurf für Manchester United. Kitt für Best und ein Wurf für Manchester United. arrowskost. Kitt fürится location. Zu steil auch für Amantio. Die Spanier scheine an etwas von ihrem Schwung der letzten Minuten, der ersten Hälfte in den Kabinen gelassen zu haben. wie der Stiles, der hätte eigentlich ausgeschlossen gehört, das wissen Sie nicht. Er hat ohne Fall neben Amanto herlaufend den gefährlichen Stürmer ausgenockt. Paul vom Westen. Kenst du? Kit. Schreibt sich genauso wie Billy Kit, der amerikanische Skifahrer. Das gibt natürlich einen Freistoß. Eine Entfernung für Charlton. Abseits hat der Schiedsrichter gepiffen und daher war das Manöver von Zocco auch ungefährlich. 55. Spielminute. Real führt gegen Manchester United noch immer mit 3 zu 1. Für jene Fernseher, die sie vielleicht später eingeschaltet haben, die Treffer schossen. Kiri in der 31. Minute. Pento nach einem schweren Fehler von Brennan in der 42. Soco ein Eigentor in der 43. Und schließlich Amantio in der 44. Alle Treffer durch die Spanier erzielt, dennoch stand also 3 zu 1. Amantio. Bobby Charlton. Amantio. Amantio. David. Für best. Noch immer best. Und jetzt hat er seine Gefährlichkeit gezeigt, der junge Mann aus Belfast. Aston wirft ein. Stiles. Und wieder ein Wurf. Stiles ist der Liebling des Publikums hier. Selbstverständlich. Es hat ja vorhin stürmisch seinen Ausschluss verlangt. Und noch einmal muss geworfen werden. Offenbar wurde geworfen auf Stiles. Oh, das war eine Bombe von Krärendt. Cool. determ. Aus. 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 So? Stop. Daß. Die F Сейчас. Vieira. Das sind die SpannEntreventure. Emer Sandy Feldикс Hello. Der Straff khach. er ist einer der überlebenden der katastrophe von münchen im jahr 1958 als eine maschine in münchen abstürzte der gesamten manchester united mannschaft überlebende sind wo wir jetzt am ball sehen und wieder eckball für manchester united es ist der dritte erzwungen durch best obi charlton schießt und nächste ecke wieder war es socker der seinem schlussmann bettankort das fürchten beibrachte 58 minute die engländer spielen nun wesentlich besser als vorhin als sie nur den knappen vorsprung zu verteidigen trachteten am anzio und abseits von chento kreirent meiner meinung nach kein foul bei dieser attacke von bobby charlton an medaske eine stunde ist um und das große tore schießen was sich in den letzten fünf minuten vor der pause ankündigte findet zum missfallen des publikums im augenblick nicht statt kreirent 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 Munoz nicht zufrieden, attackieren ruft er hinein, mehr Druck, verständlich, seine Mannschaft spielt so als sei sie bereits im Finale. Untertitelung des ZDF, 2020 Gonzales und abseits mindestens fünf Meter Kento. Grönnt, Sadler, Ferris, Charlton, 4 zu 3 ist das Verhältnis. Und Betancourt stand ganz schlecht, zu weit vor dem Tor, ganz knapp am Lattenkreuz vorbei, die Bombe von Bobby Charlton in der 63. Minute beim Stand von 3 zu 1 für Real Madrid im zweiten Europa Cup Semifinalspiel gegen Manchester United. Aston Kit Kenton 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 Kino und so nicht dann am ball schütze ich das badella hat wegen eines fouls von george best gepippen rettung der nobby stiles und wieder hat amantio etwas abbekommen und wieder gerettet von nobby stiles der mann kann so viel dass es unverständlich scheint dass er sich immer wieder zu solchen unsportlichen taten hinreißen lässt 65 minute und das war ein faul an kit beziehungsweise es war zumindest behinderung und der schiedsrichter hätte einen indirekten freistoß geben müssen und nun kritisierte bobby charlton den schiedsrichter das spiel unterbrochen und charlton wird aufgeschrieben sanchos und eckball eckball nummer fünf für real madrid erste ecke für die madrilener nach der pause manchester united hat es dagegen bereits auf drei gebracht ein glänzender spieler trotz seiner jugend ein wurf kein eckball ganz nahe der corner bahne ästen stiles faul an kit ein glänzender spieler trotz der geht jetzt grob ein glänzender spieler trotz der noch ein glänzender spieler trotz sein und flipern die wie jesse Amantio und Eckball Fehler der Manchester Abwehr Eckball Nummer 6 69. Minute Die Spanier spielen jetzt ausgesprochen schlampig und die Engländer sind, seit sie auf Offensive geschaltet haben, wesentlich stärker geworden. Wieder eine Szene mit Nobby Stiles, aber er hat niemand geschlagen in dieser letzten Vorstellung. Kento Amancio Steppner hat den Ball nicht berührt Abstoß vom Tor Manchester United Nichts noch 20 minuten sind zu spielen freistoß für manchester united gerend legt sich das leder auf tor durch sedler in der 71 minuten nach vorarbeit von best schauen wir uns das ganze noch einmal an die verteidigung der spanier war nicht auf dem posten sie wähnte die szene schon ist das also durchbrechend best hat abgewehrt und sedler ein versler in der 72 minuten durch sedler das anschluss dort und im gesamtschor hat manchester united auf 3 zu 3 ausgeglichen noch 17 minuten sind zu spielen son sonne die hat verschossen die 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 Amantio. Sanchez. Zettler hat Werazkev gelegt. Der Schiedsrichter hat dem Engländer bedeutet, beim nächsten Mal gehst du hinaus, wenn du wieder faul attackierst. Es steht uns ja zweifellos jetzt eine dramatische Viertelstunde bevor. Sanchez. Ferris. Amantio. Flänze gemacht von Sanchez. Einwurf für die Engländer. Schento hat wohl einen Treffer erzielt, einen sehr wichtigen Treffer. Aber insgesamt wird er gut von Brennen zugedeckt. Ferris. 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 76 minuten amantio und paul von piri 1 2 1 1 1 Und Ausgleich! Das 3 zu 3 in der 77. Minute. Und zwar war es, wenn ich richtig gesehen habe, Fawkes, der Mann mit der Nummer 5, Bill Fawkes, einer der Überlebenden von München. Der Mann mit der Nummer 5, Bill Fawkes, der Mann mit der Nummer 5, Bill Fawkes. Der Madrilenen vor der Pause wohl niemand mehr hier im Stadion erwartet. Velázquez. Vendor. Vendor. Sie schienen bereits hoffnungslos geschlagen. Sie sind erst wieder ins Spiel gekommen, als sie auf Angriff umschalteten, als sie ihre, fast möchte ich sagen, sture Defensiv-Taktik aufgaben. Und es ist ja bezeichnend für ihren Angriffsgeist, dass der Mann mit der Nummer 5, Bill Fawkes, der eigentlich Stopper spielen soll, den bisher entscheidenden dritten Treffer schoss. Denn insgesamt führt ja nun Manchester United mit 4 zu 3, wenn man das Tor von Manchester dazu zählt. Noch elf Minuten haben die Spanier Zeit, um insgesamt auszugleichen. Style sehr aufmerksam jetzt als Bewacher von Amancio. Amancio und Eckball. Es war Eckball Nummer 7. Best. Und immer Best. Er hat den dritten Treffer eingeleitet. Beinahe wäre ihm der Kreuzpass zu Eston geglückt. Und Peres. Die Spanier haben den Gegner zweifellos unterschätzt nach dieser schwachen letzten Viertelstunde vor der Pause. Noch zehn Minuten. Spielstand 3 zu 3. Und das ist eine Chance für real indirekter Freistoß. 81. Spielminute. Amancio. Sun Sunagyi hat die Lage für die Engländer geklärt. Sie lassen sich erfreulicherweise beim Ausschießen nicht. Zeit. Jetzt erst. Jetzt beginnt die Spielerei. Best. Das war nicht das Beste gerade von Best. Das war nicht das Beste gerade von Best. Amancio. Amancio spielt jetzt so lange bis in einer der Gegner fast zwangsläufig das Leder wegnehmen muss. Zwar nicht abseits. Zwar nicht abseits. So ein Sunagyi. Und wieder Velasquez. Foul von Aston an Kento. Foul von Aston an Kento. Und Eckball. Eckball. Eckball Nummer 8. Glänzend gemacht von Aston. Berlin. Überlegt. Für die Engländer ein glänzender Erfolg, wenn sie hier mit diesem Unentschieden nach Hause fahren können. Sie sind nun, wenn ihnen das 3 zu 3 gelingt, am 29. Mai in Wembley im Finale. Der wahrscheinliche Gegner wird Ben Ficker sein. Erstes Spiel gegen Juventus Turin. 2 zu 0. Ein bemerkenswerter Umschwung nach der Pause. Dabei wirkten die Aktionen, die zu Treffern führten, relativ ungefährlich. Vielleicht deswegen, weil die spanischen Abwehrspieler etwas lethargisch reagierten. Die Engländer haben keine ausgesprochen schönen Tore geschossen, aber es ist hier keine Schönheitskongrenz für Treffer. Amantia hat wieder etwas abbekommen. Die Spieler seiner Klasse haben es besonders schwer. Es werden manchmal so richtig abgeklopft, besonders wenn sie so wie Amantia auch gelegentlich eigensinnig den Ball zu lange behalten und alles selbst machen wollen, in bester Absicht natürlich. Pelé zum Beispiel, der großartige Brasilianer, will nicht mehr an Weltmeisterschaften teilnehmen. Er sagt, dort werde ich ja nur geschlagen. Betancourt, Pierrei und Faux hat kurzfristig gerettet. González, Grosso, Allemann an Bord ist die Devise bei den Leuten aus Manchester. Freistoß etwa 22 Meter vom Tore Manchester United entfernt. Sollte Manchester United Europa Cup Sieger werden, was durchaus möglich scheint, dann gäbe es ein Kuriosum im nächsten Jahr, nämlich zwei Vereine aus Manchester im Europa Cup, denn Manchester City, der Lokalrivale, hat bekanntlich die englische Meisterschaft gewonnen. González, Abseits, sehr geschickt gemacht von den Engländern. Sie liefen sofort der Mittellinie zu und führten so Gento einfach ins Abseits hinein. Nach der Pause haben sich die Engländer jedenfalls als große Mannschaft ausgewiesen. Vor der Pause blieben sie vieles schuldig. Wenn man bedenkt, dass Ihnen mit Dennis Loh, der noch nicht fit ist, ein ausgesprochener Spielmacher fehlt in diesem Kampf, gewinnt das 3 zu 3 ganz besondere Bedeutung. Noch drei Minuten, es steht noch immer 3 zu 3. Sun Sunegi, González, Kiri, Schütze des ersten Treffers. Grosso, Kento wirft ein, Velacke, González, Amantio, glänzender Einsatz der Engländer. Amantio, Gontález, Gontález, Amantio mit seinem Schatten Nobis Tiles und Freistoß für die Spanier. Amantio, noch zwei Minuten. Amantio schießt und Stepney hält. Stepney wurde faul attackiert, das gibt einen Freistoß aus dem Strafraum der Briten heraus. Kurzer Dialog, Stepney Spardella, wie lange geht es noch, dürfte die Frage gelautet haben. Nun dürfte der Traum von Real zum neunten Mal in das Endspiel des Europacups der Meister einzuziehen ausgeträumt sein. Die Mannschaft, die bisher sechsmal den Europacup der Meister gewonnen hat, ist durch ein Unentschieden hier im Santiago Bernabeu Stadion ausgeschieden. Kitt, eine der letzten Aktionen dieses Spiels, noch immer Kitt, vorgedeckt für Best. Und das Spiel ist zu Ende. 3 zu 3, Real Madrid gegen Manchester United im Santiago Bernabeu Stadion von Madrid. Das heißt, Manchester United ist im Finale des Europacups der Meister. Ich wiederhole die Torschützen. 31. Minute Pirri 1 zu 0 für Real. 42. Kento 2 zu 0. 43. Soko Eigentor 2 zu 1. 44. Amantio 3 zu 1 für Real. Nach der Pause 72. Settler und 76. Faux. 3 zu 3 also und wir verabschieden uns aus Madrid. 3 zu 3 also und wir verabschieden uns aus Madrid. 06. 06. 06.